Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten ist zunächst ein Begriff, dass mehrere Staaten sich miteinander verbinden. Es wäre wünschenswert, dass die ganze Welt zu den Vereinigten Staaten werden. Es gibt ja die UN, die United Nations, und die sollten ursprünglich die Vereinigten Weltstaaten sein. Wenn man dauerhaft keine Kriege haben will, dann braucht es Vereinigte Staaten weltweit. Heutzutage, wenn man von den Vereinigten Staaten spricht, meint man meistens die USA, die United States of America. Diese befinden sich im Nordamerika. Tatsächlich bestehen die USA aus verschiedenen Staaten, die ähnlich wie in Deutschland die Bundesländer eine gewisse Unabhängigkeit haben. Und sie haben sogar eine größere Unabhängigkeit als die deutschen Bundesländer. Sie können viele eigene Gesetze schaffen, sie können eigene Steuern erheben und vieles mehr. Die Vereinigten Staaten sind das Land, das den höchsten Yoga-Anteil hat. Und sehr viele der modernen Yoga-Bewegungen haben begonnen in den Vereinigten Staaten.